Es wird wieder Zeit für ein neues Video. Ich bin gesundheitlich einigermaßen fit, sodass ich euch auch mit frischem Stoff versorgen kann. Ich habe am Anfang überlegt, heute das Base-Review von Abonnenten zu machen. Ich habe da auch sehr, sehr viele Kommentare geschrieben, dass ihr gerne eure Base von mir bewertet haben möchtet. Werde ich in Zukunft auch auf alle Fälle machen, nur heute habe ich mich da noch entgegen entschieden. Was ich auch oft gefragt werde, worum es dann auch im heutigen Video gehen wird, ist, wie sich denn meine Verteidigung im Allgemeinen schlägt, wenn ich angegriffen werde. Das heißt, wie viele Ressourcen von mir werden geklaut, verliere ich immer oder gewinne ich auch ab und zu. Und hierzu möchte ich mit euch jetzt einfach ein paar Logs durchgehen, die die letzte Zeit passiert sind. Ihr wisst, nach einer gewissen Zeit werden die leider schon die Wiederholungen gelöscht. Das sieht insgesamt, wenn man jetzt mal so durchschaut, habe ich immer verloren. Momentan, ganz klar, wenn wir uns zurückschauen, hier mein Rathaus steht draußen. Das heißt, jeder zerstört eigentlich im ersten Schritt das Rathaus. Ganz, ganz selten haben wir mal einen Sieg zwischendrin, wenn jemand nur auf die Ressourcen ging. Und genau diese letzten Logs werden wir uns jetzt auch mal anschauen. Man sieht also so im Allgemeinen, das meiste ist wirklich immer, auch wenn wir uns das nicht mehr anschauen können, dass hier nur das Rathaus zerstört wird. Das heißt, von beiden Ressourcen immer um die tausend bisschen was noch aus den Minen und der Rest wurde ignoriert. Teilweise haben wir dann Versuche, wie hier mit sieben Riesen und Heiler mehr zu bekommen. Da ist aber nur 17.000 Gold rausgesprungen und 1.000 Elixier. Interessant ist aber auf alle Fälle für euch das Ganze mit Video. Wir haben hier insgesamt vier Stück. Den einen können wir uns sparen, der hat mit fünf Bogen lediglich das Rathaus zerstört. Schauen wir mal, wer interessant wäre. Hier hätten wir zum Beispiel jemanden, der hat probiert, nach unten anzugreifen. Der hat auch nicht gesagt, nein. Ich würde sagen, jetzt habe ich mal zwei negative Beispiele für euch. Das heißt, wo ein bisschen mehr an Ressourcen von mir geglaubt wurde. Wir starten jetzt einmal hier mit dem ersten und schauen uns das einmal an. Daher hier oben fängt er an mit ein paar Barbaren. Meine Clan-Truppen kommen dann auch nach draußen. Es hat er auch Bogen. Was natürlich daher in Zukunft, der hat er wirklich Riesen-Level 6, Bogen-Level 6, Mauerbrecher natürlich auch auf der höchsten Stufe. Also die sind schon recht stark, gerade die Riesen. Also da freue ich mich drauf, wenn ich mal Rathaus-Level 9 habe, dass ich dann auch meine Riesen auf Level 6 upgraden kann, weil die halten wirklich eine Menge aus. Also er greift jetzt auch nur von dieser Seite an. Das heißt, wir können da schön bleiben. Hier außen, sehen wir, kämpft noch fleißig mein Barbarenkönig. Der wird aber von dem Bogen Level 6 auch sehr schnell platt gemacht. Und während er es hier mit vielen Mauerbrechern sich durchgekämpft hat, kommen die Bogen jetzt von hinten und räumen langsam auf. Sehr gut für ihn natürlich, dass die Riesen fokussiert werden und die Bogen nicht, so dass er da einiges an Ressourcen bekommt. Die sind jetzt auch mitten im Kern drin, was wirklich eigentlich nicht so gut oder nicht so oft passiert. Außen jeweils kämpfen sich jetzt die Bogen noch umher. Und jetzt am Ende kommt er dann sogar noch mit ein paar Goblins, um das Maximale an Ressourcen rauszuholen. All das war es wirklich, ein Gegner, der war von den Truppen her, sage ich mal, so stark, dass er da einiges geholt hat. Also wir sehen jetzt sind immer noch ein paar Bogen aktiv, die auch hier wirklich noch ganz gut aufräumen. Die 100% schafft er nicht. Die Hälfte sind jetzt gleich beendet. Hier außen haben wir noch ein paar Bogen, die kämpfen. Und die in der Mitte sind jetzt dann gleich alle ausgeschaltet. Aber ihr seht, mein innerer Kern wurde leider wirklich zu 100% zerstört. Und hier außen jetzt die letzten Bogen. Es wurden jetzt dann auch ausgeschaltet, so dass er am Ende 73% mit zwei Sternen hatte. Da muss man also wirklich sagen, Truppenlevel 6, die machen sehr, sehr viel aus. Also wie er ist, sollten das Leute haben, die mich angreifen, dann ist da schon was möglich. Wenn wir uns jetzt mal einen zweiten Angriff anschauen, der hatte auch Truppenlevel 6, hat auch zwei Sterne bekommen, hat aber von den Ressourcen her deutlich weniger. Also haben wir da 60.000 Gold und 40.000 Elixier. Wenn wir es mal vergleichen, der eine hatte deutlich mehr Bogen, der mich soweit zerstört hat. Barbarenkönig haben sie beide. Riesen haben sie die gleiche Anzahl, Mauerbrecher fast identisch. Und er hat jetzt aber nur viel mehr Bogen, den wir uns jetzt anschauen. Und hat keine Barbaren und keine Goblins mehr. Wie gesagt, er war in den Ressourcen etwas überschaubarer. Fängt auch natürlich oben an wie die meisten. Zerstört erst mal mit Bogenlevel 5 mein Rathaus. Das heißt, das können wir ganz kurz beschleunigen, während ihr das laufen lässt. Den Rest ignoriert er soweit erst mal. Und jetzt gehen wir wieder zur normalen Geschwindigkeit. Es fängt ja an, hier oben seine Bogen außen herum zu setzen. Das heißt, von den Riesen bisher noch keine Spur. Jetzt kommen die aber, hat er auch alle auf einmal hier unten reingesetzt, gefolgt von einer ganzen Horde an Mauerbrechern, seinen Clan-Truppen. Mauerbrecher waren großer Fail. Die wurden direkt alle zerstört durch ein schönes Geschütz von meinem Minenwerfer. Jetzt hat er hier noch einen Heilzauber dazu, dass die Riesen sich durch die Mauer hindurchkämpfen können. Und hat aber jetzt leider alle 8 Mauerbrecher, die er dabei hatte, auf einmal verbraten. Ihr seht, die Bogen wurden auch sofort platt gemacht. Das heißt, die Riesen müssen sich jetzt selber durch die Mauer kämpfen. Sind jetzt durch die Ersten durch. Er hat den Heilzauber, aber ihr seht trotzdem, die werden hier von allen meinen Geschützen bombardiert und haben wirklich wahnsinniges Leben, beziehungsweise einfach eine gute Rüstung sozusagen. Also, auf die freue ich mich wirklich sehr, sehr auf die Riesen-Level 6. Sollte ich die dann haben, das wird so mein erstes Ziel sein, wenn ich Rathaus-Level 9 habe, was Truppen-Upgrade angeht. Wahrscheinlich sogar noch vor dem Bogen, weil ich finde, die Riesen-Level 6, die machen wirklich einiges aus. Also, ihr seht wirklich, die Harnis zwar zwei Heil-Zauber-Sprüche auf sich, aber die werden hier non-stop attackiert und bekommen kaum einen Schaden. Ein paar Bogen sind jetzt noch da, die mein eigenes Goldlager angreifen. Die Riesen sind dummerweise für ihn, haben sich gesplittet. Der eine greift die Mauer unten an und wird jetzt gerade platt gemacht und die anderen fokussieren jetzt hier oben noch die Kanone. Aber alles in allem war er wirklich deutlich weniger erfolgreich als der davor. Zum einen natürlich ganz klar wegen dem Mauerbrecher-Fail, die am Anfang sofort alle durch eine Kugel aus meinem Minenwerfer platt gemacht wurden und man sieht, er war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Also, im Allgemeinen kann man sagen, was wichtig ist, dass ihr wirklich die Verteidigungseinheiten, wenn ihr denn meine nachbaut, schnell upgradet, bezüglich, was sehr effektiv ist, ganz klar sind die Minenwerfer als erstes. Dann der Magetor macht sehr, sehr viel Sinn und auch allgemein die restlichen Verteidigungseinheiten sollen natürlich geupgradet werden, sodass man da am möglichsten Schutz hat und auch sehr, sehr sinnvoll, das lasse ich momentan etwas schleifen, da der Fokus jetzt wirklich auf der Verteidigung liegt, sind eben die Mauern. Also, ich habe den inneren Kreis, das ist hier auf Level 7, außen ist noch alles auf Level 6. Ein Upgrade kostet halt leider 200.000, wird später immer teurer. Mein Vorgehen jetzt, also ich habe es geschafft, dass alle drei Magiertürme auf die aktuell höchste Stufe bei Rathus Level 8 geupgradet werden, wäre einmal hier, der ist schon auf 6, der hier unten braucht noch 4 Tage und 4 Stunden, und der hier braucht noch 2 Tage und 5 Stunden und hier oben habe ich jetzt momentan meine letzte Kaserne auf Level 9. Ihr seht, ressourcentechnisch schaut es auch gut aus, knapp 3 Millionen Gold und 1 Millionen Elixier. Sobald hier die Kaserne fertig ist, geht es weiter, im nächsten Schritt werde ich alle meine Teslas auf Level 4 bringen, die sind momentan alle auf Level 3, werde sie wahrscheinlich im gleichen Zug dann auf Level 5 danach upgraden, es wird eine halbe Million teurer und dann im letzten Schritt wahrscheinlich auf Level 6. Danach werde ich dann meine Bogentürme noch alle auf Level 10 machen, das ist dann auch die höchste Stufe, was man mit dem Rathaus Level 8 schafft. Und zu guter Letzt, bevor ich mich dann ans Rathaus wage, werde ich die Luftabwehr nochmal von Level 5 auf Level 6, ist auch vom Preis her recht überschaubar. Aber das Ganze wird sich sicher noch in einem Monat ziehen, ihr seht die Upgrade-Zeiten, bei Luftabwehr sind wir bei 8 Tagen, beim Bogenturm sind wir bei 6, und wenn wir den Tesla hochrechnen, bei der ersten Stufe schon bei 8 und das wird dann natürlich nicht weniger. Damit es nicht allzu langweilig wird, beziehungsweise ich hoffe natürlich nicht, dass es langweilig war, würde ich sagen, schiebt man zum Ende hin noch einen kleinen Angriff, dass ihr seht, wie es da momentan bei mir vorangeht. Also Truppen ist ein Einsatzbereit, Schild ist abgelaufen, schauen wir mal kurz in die Klamourg rein, dann mal ausschließlich Bogen und auch wieder, wie jetzt zur Zeit immer, Mauerbrecher, bisschen mehr Bogen jetzt, Goblins und Riesen. Zaubersprüche haben wir keine dabei, das heißt, wir schauen jetzt mal nach einem geeigneten Gegner, nicht so, ich bin momentan schon zufrieden, wenn ich von beiden 100.000 hole, da einfach meine ganzen Truppen im Moment besetzt sind, und beziehungsweise meine Bauarbeiter besetzt sind, und ich da keine Möglichkeit habe, das Ganze groß zu upgraden, sodass einfach ein bisschen Ressourcensammeln nicht schaden kann. Sobald dann wieder was frei ist, natürlich wieder ein bisschen mehr, und jetzt schauen wir wie gesagt, das von beiden so an die 100.000. Bezüglich dunklem Elixier wird es als nächstes den Riesen, den Barbarenkönig Level 6 geben, da die Bogenschützenkönigin noch nicht in Frage kommt, weil einfach mein Rathaus noch auf Level 8 ist, sondern nicht auf 9, und da sich das Ganze eh noch ziehen wird, bis es dann auf Level 9 ist, nutze ich doch soweit mein dunkles Elixier und upgrade meinen Barbarenkönig. Könnte auch die dunklen Truppen upgraden, aber da ich die im Moment wirklich gar nicht benutze, ist das nicht so interessant. Jetzt schauen wir mal, hier hat man jemanden mit 75. Wir könnten probieren, ihn komplett zu zerstören. Dann könnten wir im gleichen Schritt, wo ich auch gerade dabei bin, ein bisschen auf die Pokale gehen, 23, das hört sich eigentlich ganz gut an. Dann würde ich sagen, setzen wir hier schon mal ein paar Bogen hin, dass die in Ruhe die Lager platt machen können, locken dann auch gleichzeitig einwandfrei seine Clan-Truppen raus, die machen wir jetzt erst mal schön platt, das setzt nochmal einen dazu. Mauerbrecher in der Clanburg ist auch sehr süß, die dann explodieren und hier ein bisschen Schaden machen, aber habe ich so, muss ich ehrlich sagen, auch noch nicht erlebt. Jetzt schauen wir mal hier, ob die noch Verstärkung brauchen. Ja, das sind Bogen Level 6, da kriegen sie noch ein bisschen Support. Aber jetzt müsste man eigentlich hier mit dem Riesen schon mal hereinmarschieren können. Machen wir alle hier. Machen wir mal Bahnenkönig auch gleich dahin und fangen dann jetzt an mit ein paar Mauerbrechern. Und was hier sehr schön ist, er hat viele Ressourcen in den Lagern, das heißt, hier setzen wir noch ein paar Bogen außenrum. Riesen sind im Osten drin, das heißt, wir machen gleich zum nächsten. Die Bogen unterstützen wir durch ein paar Goblins am Rand, dass wir da die Ressourcen alle bekommen. Da setzen wir schon mal ein paar hin. Und die Riesen sind jetzt auch in den inneren Kern eingedrungen, das heißt, wir können da erstmal den Goblins gleich nachrücken und schauen dann mal, ob wir denn hier die 100% schaffen. Mauerbrecher brauchen wir erstmal keine mehr. Hier außen kämpft der Barbarenkönig. Da sind Bogen, Goblins in der Mitte. Da es alle Ressourcen schon zerstört sind, greifen die Goblins auch alles Mögliche an. Aber ich denke, mit den 100% könnte es etwas knapp werden, außer ich opfere es meinen kompletten Goblins, um auch noch die Einheiten anzugreifen. Was wir, denke ich, ausnahmsweise mal machen können. Also ich setze jetzt hier mal einen Mauerbrecher, meine zwei Stück hin, und hoffe, dass die es da noch durchbauen. Genau. Und jetzt setzen wir hier nochmal die ganzen Goblins hin und schauen mal, ob die in dem Fall ausreichen, was Schaden angeht. Der Magerturm, der war sehr, sehr... Genau, der wurde zerstört. Das heißt, jetzt haben wir hier nur noch den Bogenschutzenturm und ich denke, den sollten meine fleißigen Goblins sogar schaffen, sodass wir dann am Ende wirklich einmal frei die 100% mit Goblins final geschafft haben. Ressourcen geht auch in Ordnung, aber was hier halt wirklich sehr, sehr gut ist, sind die Pokale. Also da haben wir jetzt 23 Stück bekommen und wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, arbeite ich mich langsam wieder nach oben. Platz 20 mit 1611 und das Ganze trotz Farmaufstellung, also ich habe trotz Rathaus draußen mich mittlerweile wieder da 400 Trophäen hochgearbeitet. Habe jetzt auch in meinem Clan das Minimum auf 1400 gesetzt, was man haben muss, wenn man farmt, sodass wir da einfach pokaltechnisch ein bisschen nach oben steigen. Man sieht der erste hier, der Anton Game ist gerade, der ist da auch sehr, sehr fleißig, was Pokale sammeln angeht und alles in allem, der Clan entwickelt sich wirklich gut, auch Brennerich in 2.0 und auch bei mir hier persönlich, bei meiner Festung läuft es sehr, sehr gut. Ja, wollte ich jetzt in diesem Video wirklich einen kleinen Einblick geben, wie meine Verteidigung sich so im Allgemeinen schlägt, was das Ressourcen-Klauen angeht, waren es wirklich eher zwei Negativbeispiele, also der Großteil zerstört wirklich einfach nur das Rathaus und ist da mit den paar Pokalen zufrieden. Farmen, fragen mich viele, wie lange musst du noch farmen? Es ist gar kein richtiges Farmen mehr, also ihr seht, ich gehe wirklich parallel auch schon auf Pokale. Klar, man verliert auch einiges dadurch, weil man angegriffen wird, dass man dann immer das Rathaus zerstört bekommt, aber alles in allem, ihr seht, ich habe jetzt gerade wieder einiges an Pokalen einheimsen können und jetzt geht es erstmal noch weiter, schön die ganzen Verteidigungen upgraden und dann irgendwann Rathaus Level 9. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen hoch und euer Abo freuen. Ihr könnt natürlich auch wie sonst immer gerne in meiner Facebook-Seite ein Gefällt mir da lassen, Brennerchen COC oder auch den Clans, die ich euch hier natürlich auch nochmal einblende. Nächste Video, lasst euch überraschen, vielleicht mache ich da schon die Besichtigung von dem einen oder anderen User. Wenn ihr da also Interesse habt, dass ich eure Festung mal anschauen bewerte, am besten einfach hier unter das Video nochmal einen Kommentar schreiben mit eurem Namen in Clash of Clans und in welchem Clan ihr seid, sodass ich mir das Ganze mal anschauen kann und dann, wer weiß, vielleicht euren Clan bewerten kann. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, viel Spaß weiterhin beim Clashen und bis zum nächsten Mal. Ciao.